So, hallo, hallo und willkommen zu einer freier Minecraft Aquanary Dino, genau. Ich habe nämlich heute sehr viel gebaut und genau, vorerst würde ich noch sagen, ihr könnt jetzt Mitglied auf meinen Kanal werden. Ihr könnt ja verschiedene Sachen hier machen, zum Beispiel, ihr könnt einfach, das heißt, wenn ihr einen Monat Mitglied seid, also in den ersten Monat kriegt ihr praktisch so ein Icon in die Kommentare oder in den Live-Chat, also in den Live-Stream-Chat, kann man aber praktisch so ein Icon und der Name ist praktisch nachher so grün und so. Das ist richtig cool und genau, man hat in den Live-Stream-Chat auch verschiedene Emojis. Ich weiß nicht, ob in den Kommentaren, aber in den Live-Stream-Chat habt ihr nachher verschiedene Emojis, zum Beispiel zum Kaktus-Emoji oder so. Und ihr könnt auch, ja und ihr supportet halt auch meinen Channel hier und so. Ja, dann würde ich mal sagen, genau, ich habe hier nämlich so eine richtig schnelle Küche, irgendwer. Ja, genau, ich blende jetzt, genau jetzt, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber ich blende genau jetzt den Kommentar hier an. Äh, derjenige hat nämlich hier geschrieben, äh, bau mal irgendwie eine Küche oder so. Ich habe hier einfach eine Küche gebaut. Ihr könnt auch irgendwie in den Kommentaren, äh, weiteres hier schreiben. Äh, wenn ihr hier, ähm, ich blende jetzt ab sofort Kommentare ein, was ich halt machen soll und so. Deswegen schreibt unbedingt in den Kommentaren, was ich machen soll oder so. Und ja, dann werde ich vielleicht nächste Folge eingeblendet oder so. So, genau, ähm, ich habe hier die Küche gebaut. Hier ist, das ist so ein Milch, äh, Char oder wie soll ich sagen, so ein Milchbehälter. Ich kann mir so Milch reingeben. Ich habe jetzt überall noch nicht so viel Kitchen, also so viel Stuff hier reingeben. Ihr wisst eh, so viel, äh, Schnitzel oder so. Ich kann hier mal Schnitzel reingeben oder hier ein bisschen davon. Ähm, genau, hier kann man noch Water, äh, ich brauche ein Waterbucket, das ich hier erst einfüllen kann. Äh, habe ich eine Waterbucket, das Ding? Ich glaube nicht. Ich mache mal hier schnell so. Ich gehe einfach schnell raus und hole schon Wasser. Dann habe ich hier gleich, ähm, ja, sammle ich hier gleich in, äh, in meiner Bestowol. Ich weiß, das englische Wort. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie das englische Wort wisst, aber nicht das deutsche Wort irgendwie? Äh, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, ähm, hier jetzt, äh, so ein Dings. So, äh, ähm. So, äh, genau, ich fülle jetzt hier Wasser rein in das Dings, in das, wer ist das hier? In, äh, wie schloss, ich meine, so ein Teil hier, wo mir Wasser einfüllt. Weil es ist ja immer Wasser drin, kann ich das auch wieder rausnehmen? Ja, Tatsache, kann ich. Okay, nice. Und ich habe hier überall Lichter hier eingebaut, kann man, äh, ein und auf, also aus und eindrehen hier. Äh, ist richtig cool. Licht in ein Bucket hier wieder rein. So, wir haben immer noch so viel Geld, ich weiß nicht, was ich machen soll eigentlich mit dem Geld. So, dann gehe ich hier mal rüber. So, genau, und, äh, bezüglich des Mitgliedings, ihr müsst, äh, links, also, lieber abonnieren bei meinem Kanal auf meiner Hauptseite praktisch, äh, müsste links daneber stehen Mitglieds werden. Da müsst ihr draufklicken und für 5 Euro im Monat, äh, könnt ihr praktisch Mitglied werden. Da habt ihr schon eine besondere, äh, Vorteile und so. So, ich würde jetzt mal, ähm, hier rüber gehen, was auch immer das ist. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, und hier ist es schön scharf drin. Vielleicht hat irgendwie Willem oder so, irgendein Ding, der Boarding, ein Piratenchef, ich weiß auch auf jeden Fall nicht, dass das ist. Vielleicht hat hier einfach irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht hat hier einfach Willem, äh, so ein Bootbau oder so. Und vielleicht was Reinhardt, Reinhardt habe ich auch schon lange nichts mehr gehört von dem. Äh, ja mal schauen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Willem ist, vielleicht. Nee, glaubt ihr, glaubt ihr, irgendwer hat der angegriffen, ich glaube nicht, oder? Äh, was soll ich da? Was hab ich da gerade gehört? Okay, warum ist der Bedrock? Warum ist der alles explodiert? Wildhelm? Wildhelm? Und dann, ich schaue instant dorthin, was ist da? Hier sind Skelettköpfe, oh mein Gott, Leute. Hier sind Skelettköpfe? Ist noch irgendwer da, beim Bankus? Hier sind noch ein paar Villager. Was ist das? Bezüge ich dem. Äh, hier, okay. Äh, ich, okay. Erstmal runterkommen. Alles gut. Vielleicht sind alle Leute von meiner Stadt irgendwie entfüllt worden, ich weiß es nicht. Alles gut, erstmal ein- und ausatmen. Alles gut. Okay. Ähm, ich gehe hier jetzt raus. Ich gehe jetzt raus. Erstmal ist ich ein Schlitzel, okay? Ich gehe jetzt raus. Und schaue, was es ist. Ich habe echt Angst. Ich nehme mal hier die M4A1-Dings mit, da. Ähm. Okay. Zuhör aufwachen. Okay, viele Schuss, bist du nur. Okay, ähm. Wow, mir schießt da einer. Mir schießt da einer an. Oh, mir schießt da einer an. Wo ist er? Irgendwer schießt da einer an. Ich muss schnell hier irgendwie rauf. Äh. Okay, okay, Leute. Die haben ja alles kaputt gemacht. Okay, da unten ist er auf jeden Fall. Oh, oh. Die schießt da einer an. Tatsache. Ich mache mal hier von oben. Wo sind sie? Da vorne ist er. Oh, lol. Ich schießt da einer an. Ich kann nicht zielen hier. Nein. Okay. Erster erledigt. Oh mein Gott, das ist richtig schwer hier. Ich glaube, die haben irgendwie beim Parkus hier eingebrochen. Schlecht hin. Oh, hier ist noch einer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Äh, äh. Wo ist das Typ hier? Er ist direkt unter mir. So. Uh. Also knapp. Okay. Schnell weiter, schnell weiter. Ich hoffe, ihr seht nicht noch mehr. Ähm. Okay. Wer war da gerade da oben? Okay, okay. Ich weiß nicht, wer da oben war. Ich gehe mal nochmal zurück. Okay, 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 okay. Äh. Ich gehe mal hier wieder rein. Ähm. Hier waren gerade nämlich Leute am Schiff. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Äh. Wie stehst du hier zurzeit? Okay. Äh. Also. Der steht gut. Der drinnen habe ich auch gerade gefragt. Der ist irgendwie auch. Keine Ahnung. Die verstecken sich hier alle. Aber was ist hier? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Was ist hier alle da? Oh. Die schießen, die schießen, die schießen, die schießen. Die schießen sich gegenseitig an. Wisst ihr? Au. Aua. 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 Au. 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 Ich rein. Okay, okay. Ich baue mich mal ein. Ich baue mich mal ein. Okay. Alles gut. Wir sind die stärksten Partiten überhaupt. Wir werden jeden Tag, äh. Wie jeden deiner Leute umbringen. Also du wirst auch mitkommen. Das ist nur eins unserer Schiffe. Los Leute. Greift ein an. Okay, okay, okay. Erstmal hier essen. Essen, 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 essen. Oh mein Gott. Ich muss mich unbedingt hier aufbauen. Irgendwie. Wir schießen hier nämlich echt weit. Okay, ich glaube sie sind weg. Oh nein, hier ist noch einer. Okay, okay. Ich sage das nochmal. Okay, ich gehe jetzt raus. Ich schaffe das. Wo sind sie? Okay, hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Ich gehe unter Wasser. Unter Wasser. Kommt er. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich esse direkt in der Schnitze. Ich habe eine Idee, Leute. Ich baue mich einfach außen rauf, Leute. Das ist eine. Daran eine coole Idee. Okay, 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 okay. Äh. Oh, das wird kritisch. Oh, soll ich mich innen reinbauen? Nee, ich baue mich außen rauf hier. Oh, oh. Es wird schon Nacht hier. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Das schafft, das schafft hier, Leute. Okay, ich weiß nicht, wo mir Iron-Bars ich habe. Ich sehe irgendwer. Okay, erst mal zubauen. Zubauen, 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 zubauen. Okay, wo sind sie? Oh, okay, da sind sie. Da sind sie. Okay, ich habe es. Erster. Zweiter. Wo sind die anderen? Direkt unter mir? Okay, okay, okay. Leute, die sind richtig stark, nämlich. Okay, sie haben eine Waffe gedroppt. Ich habe nicht mehr so viel Schuss. Okay, da ist noch einer. Okay, der zerbillt damit schon. Oh, hinter mir jetzt einmal. Da vorne. Nein, ich habe ein Herz. Nein, nein, nein. Schnell zu bauen, zu bauen, zu bauen, zu bauen. Zu bauen, zu bauen, zu bauen. Alles gut, alles gut, Leute. Einen raus, Alter. Einen raus, Mann. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Also, reloaden hier wieder. Ähm. Okay, okay, okay. Ich muss hier wieder außen rauf. Kann man nicht irgendwie raus? Ah, ich warte. Ich gehe mal. Ich gehe mal außen rauf hier. Oh, hier ist noch ein Raum. Okay, ich glaube nicht, dass hier Leute oben sind. Einen anderen Raum. Okay, okay. Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Die sind sehr stark, weil das nur einer der Boote ist. Das ist eigentlich richtig schlecht. Weil, die anderen waren hier da. Ich hoffe, die haben nicht irgendwie Wilhelm oder so getötet. Okay, 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 okay. Äh. Jetzt hier hoch bauen wieder. Alles gut. So, ähm. Am besten jetzt nicht mehr runterspringen. Das ist sehr böse. Vorne ist noch einer. Das war einer. Der zweite. So, jetzt ist er down. Okay, okay. Ich hoffe, das waren alle. Waren das alle? Ich habe keiner mehr. Da ist noch einer. Okay. Wir haben alle hier Pistols gehabt. Der hat irgendwie so eine fette Waffe gehabt. Hier drinnen ist definitiv noch einer. Hier ist einer. Noch einer. Okay, okay, okay. Der zweite lebt noch. Hier vorne ist einer. Alles gut. Gut, dass ihr die Waffe hier habt. Die ist irgendwann da drinnen. Die ist im Gefängnis oder so. Okay, das ist keiner. Okay, 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 okay. Du droppst ja viel XP hier. Also, Melonen. Die rette ich gleich. Melonen. Hier sollte noch einer drinnen sein, oder? Ist hier noch einer? Waren das alle? Bitte sagt, es waren alle. Oh mein Gott, Leute. Okay, okay, okay. Äh. Bitte sagt, es waren alle. Es waren wahrscheinlich hier alle jetzt. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, was war das? Ich war einfach, ich habe ein Herz gehabt. Ich war auch fast gestorben hier. Oh mein Gott. Wer bist du? Äh, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ähm. Wer bist du? Wer bist du? Äh. Ich brauche mich hier schnell hoch. Äh. Wer auch immer du bist, ich rette dich. So. Wer bist du? Oh, sorry, sorry. Das wollte ich nicht. Ich wollte keine Angst in den Jagen. Wer bist du? Es ist Rupert. Okay, okay. Okay, Robert. Äh. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Okay. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, ich lasse dich hier mal frei. Geh mal so schnell. Du kannst irgendwo hin. Wir fahren noch mehr. Wir kommen. Okay, okay, okay. Okay, das war wirklich ein Fight. Okay, 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 okay. Hier ist noch irgendwo looten, die ganzen Chests. Es Melonen retten. Kürbisse schmeiß ich euch weg. Kürbisse sind sehr böse. Müsst ihr euch merken, Leute. Das heißt, ich hab' ich Melonen. Ich hab' überall Waffen. Ich weiß nicht, was ich die Waffen hier tun soll oder so. Okay, 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 okay. Okay, ich glaub' hier ist nichts mehr. Hier ist noch Iron Bars. Aber ich hab' mir gesagt, es war ein Schiff hier. Es war ein Schiff, mit dem sie hierher gefahren sind. Also, ich hab' mir gesagt, es sind viel mehr Schiffe hierher kommen. Also, waren das tausende Schiffe hier, die da waren hier. Und die haben die anderen wahrscheinlich entführt hier. Pro Schiff wahrscheinlich einer. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich schau' nach, ob hier irgendwo oben... Was ist hier? Ich hoffe mal nicht. Ist hier noch einer? Wenn schon, dann... Hier ist der Aussichtsposten. Ich glaub' nicht, dass man auf der anderen Seite hoch kann oder so. Hier kommt noch hoch. Egal. Aber Leute, wir haben jetzt einfach... Wir haben einfach ein Schiff jetzt. Oh mein Gott. Okay. Äh, ich weiß nicht, was wir mit dem Schiff machen. Ich geh mal zu den anderen Leuten. Ich schau' jetzt, ob jeder eigentlich da ist. Zuerst mach' ich mal... Äh, hau' ich mal die Kürbisse hier weg. Die blöden Kürbisse. Äh, so. Blöde Kürbisse. Bam. So. Ähm, ich crafte jetzt erstmal, äh, die Melonen um zum normalen Melonenblöck. Und baue ich hier wieder an. Das ist das Wichtigste, der mal hier. Und ich hab' kein Holz mehr vor dem Graf. Äh... Egal. Das mit den Melonen machen wir später, ja? Aber Leute, wenn ihr mir alles zusammengehört... Nehmen wir... Gestohlen bei mir? Okay, okay, okay. Ich schau' mal, ob ihr alle da sind. Ein Pankus? Gut, mein Pankus ist nicht da. Dem ist gerade die, äh, Automat, die ihr gestohlen. Das heißt, ich kann nicht mehr abheben von... Oh mein Gott. Okay, okay. Äh, ist hier noch irgendwer da? Okay, ist hier irgendwer drinnen? Ne. Ist Wilhelm da? Wilhelm, das ist das Wichtigste. Ob Wilhelm da ist? Okay, Stütze haben wir auch bald gar keines mehr. Ob Wilhelm da ist? Ist Wilhelm da? Bitte sagt der... Das war jetzt erst nur ein Bug. Wilhelm? Okay. Er ist anscheinend entführt worden. Okay, 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 okay. Äh, ist hier noch irgendwer? Okay, hier geht Party ab. Hier geht Party ab. Der Typ ist ja auch wahrscheinlich noch drinnen. Oder ist er entführt worden? Ich weiß es nicht. Doch, er ist noch drinnen hier. Okay, okay. Ich schau mal hier zu... Äh, zu... Dings hier. Ähm, es regnet gerade. Ich schau mal hier zu... Äh, okay. Der hat sich auch... Barrikadiert zu Manfred hier. Okay, wie kann ich rein? So, kann ich rein. So. Äh, hallo, ich dachte schon, du bist einer von denen. Ich habe mir... Ich habe mich hier... Äh, ich habe hier überlebt, indem ich mich hier verzogen habe. Ich habe sowieso schon die Mauer um mein Haus, als bin ich eigentlich schon verbarrikadiert. Äh... Also, ich bin hier eigentlich schon verbarrikadiert. Wie geht es eigentlich den anderen Leuten? Ich habe die Piraten laut schießen gehört. Ist für ihn noch ein Leben? Ich habe ihn... Ich habe ihn schreien gehört. Okay, das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Aber hier war eigentlich ein Bandit auch schon da. Oder war es auch einer von denen? Okay, der Typ ist auch noch da. Der Esel hier. Aber, ähm... Ich glaube, jetzt ist es vom Thema abkommen. Ähm, genau. Äh, okay, okay, okay. Gut zu wissen hier. Manfred. Sind hier, äh... Wie heißt der Gandalf und die ganzen Leute sind hier noch da? Okay, noch da Gandalf und die ganzen Leute. Okay, okay, die haben sich auch irgendwie barrikadiert hier. Okay, 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 okay. Es ist... Oh mein Gott. Diese Situation ist gerade wirklich... Oh... Und hier haben sie was gesprengt und so. Oh mein Gott. Okay, der Superofen ist noch da hier. Ähm... Reinhard? Bist noch da? Okay, Reinhard ist noch da. Er hat sich irgendwie auch hier barrikadiert. Mit Ambosser oder so. Okay, okay, okay. Reinhard, keine Sorge. Ich bin das nur. Reinhard, keine Sorge, ja. So, Reinhard, was hast du zu sagen? Hallo, bist du das hier? Ja, ich bin das. Ich bin das. Äh... Wie gesagt, du bist du das, Julian. Äh... Ich bin einer der paar Leuten, die sich nicht mitgenommen haben. Die sich nicht mitgenommen haben. Außerdem haben sie Ben Bancos ganzes Vermögen mitgenommen. Hast du Rupert gerettet? Ja, ich habe Rupert gerettet. Der war am Schiff hier. Ähm... Ja, gefangen hier. Also, ich habe ein Gerät freigelassen hier. Gut. Wenigstens bleibt uns noch einer der Guten. Wo wohnen die Leute eigentlich hier? Äh... Reinhard? Äh... Sie wohnen in der Hölle. Okay, okay, okay. In der Hölle. Wahrscheinlich in Nether. Oder Nether, wie du sagst. Sie sind noch sehr empfindlich zu Wasser. Okay, Leute. Ähm... Sie wohnen in Nether. Okay, ich will unbedingt Revenge. Oder... Wie soll ich sagen? Ich unbedingt hier will ich Rache nehmen an D. Weil... Ickig... Alter, ich komme ja gerade nicht da aus. Äh... Weil... Wenn die Nähte wollen. Wir brauchen irgendwie ein Nähte-Portal. Ich weiß nicht wie, aber ich kann demnächst irgendwie der Reinhard fragen oder so. Ob der hier irgendwie Obsidian hat. Ähm... Obwohl, ich könnte zur Polizeistation gehen. Die haben ja Obsidian dort. Aber ich habe keine Dears. Und doch, eigentlich habe ich schon Dears. Äh, ich weiß es nicht. Äh... Egal. Ja. Es ist halt richtig kompliziert. Aber Reinhard ist, glaube ich, auch einer wirklich der... Richtige Guten. Der mir auch hilft und so. Ich glaube, der Typ der Bootsmann hier, der liegt, glaube ich, auch noch. Ich gehe nicht. Ich fahre mal zurück. Im Dunkeln hier. Oder wie soll ich sagen hier? Im Regen. Es sieht richtig cool aus. Aber. Ich muss jetzt unbedingt hier schauen, dass ich auch irgendwie eine Mauer um mein Haus baue oder so. Äh... Nämlich, dass ich hier einfach auch sicher bin, dass... Falls sie nochmal angreifen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Banditen hier auch aus... Äh... Damit zu tun haben. Und vielleicht kann ich mich... Äh... Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht kann ich mich... Äh... Hier mit... Die anschließen mit den anderen Banditen oder so. Keine Ahnung. Äh... So, dann gehe ich mal hier jeder ins Haus hinein. Und Chap-Unterstrich geht's gut. Guten Abend, Chap-Unterstrich. Dich muss ich auch unbedingt einbauen. Ich hab vier Anbosser und das ist relativ viel Dings, ja? Oh mein Gott. Puh. Okay, okay, okay. Ich hab jetzt relativ viel... Waffen. Wo hab ich die Waffen hin? Ich geb mal die ganzen Waffen hier rein. Waffen, Waffen, Waffen. Äh... Okay, da ist wenig Schuss, äh... Drinnen. Was ist das? VSS... Wind... 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 Toretz... Wind... Toretz, okay. Kann ich hier schießen? Okay, das ist ein Stipe-Bahn. Okay, lol. Okay, ich hab jetzt nicht viel Schuss für die. Okay, ich hab auch keinen Schuss. Und, lol, mir fällt gerade auf, dass ist so ein Nachtsichtgerät drinnen. Okay, okay, okay. Okay, immerhin ein bisschen Ausbeute hier gemacht. So, die ganzen, äh, Bausachen, gebe ich mal hier rein. Das ist alles unwichtig. So, bam. Bam, so. Also echt, wirklich komisch, grad. Oh mein Gott. Okay. Wenn ich jetzt noch hier ein Haus bin, irgendwie teilweise sicher hier. Ja, schreibt unbedingt in die Kommentare, äh, was ich hier noch machen soll, dass ich in der Haus irgendwie beschützt soll. Sag ich, ne Mauerbahn, oder wie soll ich, oder wie soll ich, ob sie denn für das Neto-Portal oder so, äh, kriegen hier? Ich weiß es nicht. Und soll ich mich, äh, zur Polizei-Dings, äh, geben, äh, begeben und halt das Obsidian dort abbauen? Und, was soll ich halt irgendwie, äh, oder soll ich irgendwie rein und fragen, was, was, was ich tun soll, dass ich nicht da komme? Weil ich will unbedingt die Rache nehmen. Unbedingt. Also schreibt, äh, äh, unbedingt mal eure Mythen oder so in die Kommentare, irgendwie, was Willem oder so getan hat, oder so, dass sie kommen. Wir können nicht einfach so kommen. Schreibt unbedingt mal, ähm, eure Meinungen in die Kommentare, dass ich das weiß. Und, ja, lasst ein Abo und Like da für mehr Minecraft Aquanary Dino. Für mehr Minecraft Aquanary. Es war eine richtig hektische Folge heute. Aber, wir haben, äh, Ausbeute gemacht. Wir haben jetzt ein Braten-Schiff, was auch immer wir mit dem machen sollen hier. Ähm, nächste Folge schauen wir wahrscheinlich zu, äh, Leonhard, weil ich weiß echt nicht, was mit dem passiert. Ich hoffe, die haben ihn auch mitgenommen hier oder so. Und, ja, lasst ein Abo und Like da. Und, ciao. Und, ja, lasst ein Abo.